So, bitte etwas Ruhe. Ja, ich weiß, für mich ist es ja auch schon die siebte Stunde. Also, was wollt ihr wissen? Ah ja, okay, Pegida. Ja, der Name klingt ja eigentlich ganz putzig, aber der Name ist eigentlich eine Abkürzung und steht für... Na, wer weiß es? Ja, Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Sehr gut. Das Ganze ist eine Organisation, die im Dezember 2014 gegründet wurde und seitdem jeden Montag zu einem Abendspaziergang einlädt. Ja, so nennen die es jedenfalls. Aber natürlich sind es ganz normale Demonstrationen, an denen wirklich bis zu 25.000 Menschen teilgenommen haben. So, nun, ja, warum treffen die sich eigentlich? Ja, Pegida fordert eine strengere Einwanderungspolitik. Die wollen also nicht, dass Leute aus anderen Ländern so einfach in Deutschland wohnen können und fordern auch eine konsequentere Abschiebungspolitik. Generell haben viele Pegida-Anhänger auch Angst davor, dass Moslems zu viel Einfluss auf unser Land hier haben. Ja, ob die Angst jetzt berechtigt ist, sei mal dahingestellt. Schließlich sind von allen Menschen in Sachsen nur wirklich lächerliche 0,2% Moslem. Ja, Pegida sagt allerdings, dass sie mit Nazis, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wirklich überhaupt nichts am Hut hätten, was einige Politiker aber ein bisschen anders sehen. Pegida schmückt sich sogar damit, dass sogar Moslems im Organisationsteam sind. Ja, und ein ehemaliger Hamann-Betreiber. Allerdings hört man auf den Demos schon vermehrt wirklich ausländerfeindliche Sprüche und angeblich hat ein Pegida-Teammitglied Moslems als, ich zitiere, wertige Ziegenwenser und Schluchtenscheißer bezeichnet. Die Schimpfwörter braucht ihr jetzt gar nicht erst mitschreiben. Ja, ob die Veranstalter nun ausländerfeindlich sind oder nicht, im Dezember 2014 riefen Vertreter der NPD zur Teilnahme an Pegida-Kundgebungen auf und was das Image der Demos auch nicht wirklich friedvoller gestaltet, ist die Tatsache, dass angeblich fast alle Ordner der Demo aus Hooligan-Kreisen kommen. Ja, ach, auch noch eine sehr schöne Anekdote. Der Gründer von Pegida wurde neulich im Netz mit diesem lustigen Foto hier entdeckt. Hoppala! Daraufhin musste er seinen Posten bei Pegida räumen, aber ich meine, hey, er hat sich entschuldigt. Hey, 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 der Lehrer schließt die Stunde. Okay, jetzt.